einen wunderschönen guten morgen in der ja letzten woche vor weihnachten hier mit unseren heutigen handelsideen was habe ich vorbereitet diejenigen die den blog vielleicht schon gelesen haben sehen die charts vom euro stocks 50 vom us dollar japanischen yen und us dollar schweizer franken und damit ja schon die ersten ideen hier auch genannt alle hier live im chat ein herzliches willkommen natürlich auch alle anderen die das ganze später in der aufzeichnung schauen und die die hier live dabei sind die können natürlich wie jeden morgen die chance dazu nutzen in den chats hier auf facebook beziehungsweise in go to webinar wir streamen das ja mittlerweile über zwei kanäle da können sie fragen stellen oder auch den ein oder anderen wunschschart mal nennen wo wir einfach gemeinsam auch hineinschauen können mayo olav elena einen schönen guten morgen ludger du auch ich grüße dich und schaue jetzt mit euch allen zusammen ganz normal in die handelsvorbereitung hier für den morgendlichen fx handel beziehungsweise auch so ein bisschen index ist dabei heute mal wie schon gesagt der euro stocks 50 bevor wir hier reingehen der obligatorische risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen das bitte ich hier an dieser stelle auch zur kenntnis zu nehmen den gesamten risikohinweis was kommt als nächstes wie jeden morgen der blick in wichtige nachrichten diese woche gibt es ja in der vorweihnachtswoche ja nicht mehr ganz so viel der das jahr geht halt langsam stück für stück zu ende die tage gehen uns aus und so verhält es sich dann auch entsprechend mit den nachrichten obwohl wir auch diese woche noch einige knaller hier auf alle fälle mit dabei haben wir starten heute um 11 uhr mit der relevanz 3 sie sehen das hier oben in den angaben ich sortiere das hier immer nach relevanzen das heißt die impacts auf die märkte wichtige dinge sind hier heute morgen einmal genannt und zwar ist das der verbraucherpreisindex für die eurozone das bekommen wir heute also am vormittag genannt wir haben hier die prognose von zwei prozent mal sehen wie sich verhält vielleicht hat ja auch der gesunkene ölpreis hier ein wenig auswirkung dass wir etwas weniger sage ich mal inflationsdruck auf dieser seite haben da können wir uns mal überraschen lassen was gibt es dann im endeffekt am nachmittag noch so viel ist es heute nicht wir kriegen hier aus der eurozone auch um 11 uhr noch die handelsbilanz für den monat oktober und am nachmittag aus den usa noch den new york empire state herstellungsindex also auch hier ein wichtiger faktor wo wir einfach sehen wie sich die herstellerseite in den usa entsprechend entwickelt das heißt da haben wir wachstum oder wirtschaftlicher rückgang und hier sehen wir schon der prognose inhalt haben wir hier 20,10 vorheriger monat oder ja doch das war ja der monat im november hatten wir 23,3 also man sieht schon es sind etwas geringere rückgehende erwartungen mal sehen wie wir das ganze hier erleben dürfen wir haben ja am freitag auch gesehen wie der s&p oder der dow jones oder auch der nestek am us mark wieder deutlich den leichteren weg nach unten beschritten haben also es bleibt spannend dass tingeltangel hinten beziehungsweise unten an den wichtigen unterstützungslinien die wir ja im großen chart check am freitag miteinander besprochen hatten die sind weiterhin intakt die werden weiterhin getestet mal sehen wie das ganze hier wird ich habe so ein paar dinge im hinterkopf wo es mir so ein bisschen dämmert in die historie mal zurück zu schauen das machen wir entweder am freitag oder dann zwischen den jahren dass wir dort uns mal die zeit nehmen in die charts rein zu gucken was wir hier möglicherweise vor uns haben möglicherweise nicht das sind ja immer alles nur wahrscheinlichkeiten aber es ist gut in bestimmten dingen einfach auch gewappnet zu sein und die richtigen ja stellschrauben auch in der hand zu haben damit gehen wir gleich mal rein würde ich sagen in die charts hier ist jetzt euro us dollar den brauchen wir jetzt aktuell gerade nicht wir starten mal hier mit dem us dollar schweizer franken im tageschart hier auch wieder die grund betrachtung gehandelt wird dann wie schon gesagt immer da wo sie es für sich persönlich für richtig halten der große fluss der zeit ist hier halt sehr sehr wichtig und hier in diesem währungspart da sehen wir halt bestimmte sachen sie sehen ja auch die blauen linien drinnen die habe ich aus dem großen schub der woche genommen warum habe ich das gemacht einfach um die verortung mal zu prüfen wo wir gerade auch stehen weil wir hatten letzte woche eine sehr sehr schöne auf aufwärts gerichtete woche hier im wochenchart das fand ich interessant was hat es interessant gemacht wir haben ja hier diesen schub gehabt über diese marke hier oben drüber über dieses korrektur hoch was wir hier gehabt haben von diesem abwärts laufenden markt hier da gab es ja hier diesen wahnsinn schub nach oben der hier drüben alles rausgenommen hat und dann trotzdem wieder abverkauft hat das heißt dass die marke hier oben ist eine marke mit gewisser relevanz hier sind wir allerdings mittlerweile wirklich drüber gelaufen hier auch deutlich es gab zwar immer wieder abverkäufe aber nichtsdestotrotz sind wir halt technisch drüber gelaufen und deswegen habe ich jetzt mal geschaut was ist denn hier in der woche passiert und wir haben hier in der woche wie schon gesagt letzte woche man diesen abverkauf gehabt das heißt wir sind hier unten in die marke von 0 98 5 reingelaufen das war hier der bereich der wochentiefs hier drüben und dort hat der markt mit einem reversal begonnen anzulaufen das heißt wir sind sehr sehr schön nach oben gelaufen wichtige marke ist hier die marke um die ein schweizer franken das ist so ein widerstandslevel was da oben noch drinnen ist und wenn das rausgenommen wird dann kann sich das ganze bild herum drehen und deswegen habe ich dann gesagt schau doch mal in die woche junge da könnte sich unter umständen was ergeben was wir in der woche sehen das war für mich schon völlig klar noch ein abwärtstrend nach der historie aus dem rückgang in der in der in der wochenbasis aber nichtsdestotrotz der abwärtstrend hier ist da wir sehen momentan sehr sehr schöne aufwärtsdynamik und das was wir jetzt sehen ist völlig klar noch abwärts gerichtet das heißt hier an dieser stelle jetzt nur diesen tagestrend hier abarbeitet der kommt jetzt hier rein aus technischer sicht noch nicht auf die ideen long trade zu wagen das ist jetzt eine sache die würde ich persönlich mein portfolio so auch nicht abwickeln das heißt wer das ganze hier auf der schutz seite weiter traden möchte weil aktuell der trend in der stunde hier definitiv abwärts gerichtet ist da gibt es überhaupt keine diskussion das heißt wir sehen hier lediglich die korrektur des ganzen der ist natürlich sehr sehr gut damit beraten hier im bezug auf diesen abwärts gerichteten trend erst einmal abzuwarten was der markt hier macht das heißt hier mal in die stunde zu schauen und zu schauen okay was passiert denn hier mit diesem aufwärts gerichteten trend wo läuft denn der hin was wird denn hier passieren und das sind die dinge die müssen wir jetzt wirklich erst einmal abwarten wenn wir hier nämlich umkehrsignale für die short seite bekommen dann ist es genau das szenario was wir auf tagesbasis momentan auch haben dass der tagesschart halt noch abwärts gerichtet ist und das was wir hier sehen ist der aufwärtstrend und das ist die korrektur punkt mehr gibt es dazu nicht zu sagen das heißt in diesem sinne blickt man auf die chart unterseite da gehen wir jetzt noch mal kurz in den tagesschart hinein da blicken wir auf die chart unterseite und da haben wir hier wenn dieser trend sich fortsetzen sollte auf alle fälle mal wieder hier unten diesen bereich bei 0,98 5 wo der markt wenn er sich fortsetzt auf alle fälle durchlaufen sollte heißt also wir können hier auch auf die untergeordneten tagestiefs schauen da haben wir hier die 0,99 das ist dieser hier 0,99 2 und dann hier noch ein kleines stückchen weiter runter wo diese beiden tagestiefs hier unten an dieser stelle liegen bei 0,99 1 und dann hier schon das ganze unten in diesen bereich rein und dann kann sich das ganze auch ohne weiteres noch ein stück weit tiefer fortsetzen sie wissen ja es gibt ja diverse möglichkeiten auch zielbereiche zu bestimmen da sind wir in den edukativen einheiten auch schon auf das ein oder andere mal auf möglichkeiten eingegangen das ganze zu tun wiederholen wir auch wer da auch fragen hat gerne hier in den chats dazu die anmerkung geben und dann nehme ich das sehr sehr gern freitags in die webinare auch mit rein das heißt das gestalte ich dann auch sehr sehr gern ein bisschen so nach ihren vorschlägen also das zur unterseite jetzt kommt es aber dahin wenn wir die bestätigung bekommen von dem was ich hier auf wochenbasis andeutet das kann auch noch ein bisschen dauern das kann sein dass ich hier auf tagescharts ebene ein eine aufwärtstrend erst bilden muss das heißt dass wir untergeordnet eine korrektur bekommen und der markt dann nach oben läuft ein höheres hoch macht alles offen alles möglich deswegen gucken wir in den wochenstart nach der verortung und da ist es halt so da muss das nicht immer gleich in einem schub passieren dass so eine bestätigung kommt sondern das kann auch wellenförmig kommen und wer das ding nämlich auf der ohr hat gut da muss jetzt erst mal noch ein bisschen geduldig sein deswegen habe ich jetzt meine kurz und eine mittelfristige strategie mit drinnen mittelfristig könnte es jetzt passieren dass wir hier oben reinlaufen in die marke um ungefähr ein schweizer franken und darüber hinaus wenn wir dann darüber hinauslaufen dann ist das das szenario wo wir sagen können jetzt könnten wir eventuell wieder hier hochlaufen in das hoch der woche bei 1,01282 das haben wir hier oben gehabt das ist mal mittelfristig das ganze spiel was wir nach oben hin liegen haben und wenn das kommt das sind dann halt auch die dinge da sehen wir auch sehr sehr schön wo wir eventuelle zielmarken mit hernehmen können nämlich wenn wir dann mal in den tagesschat beziehungsweise in den stundenchat hineinschauen dann sehen wir hier auch gewisse level und da sehen wir halt dass dieser schub hier oben relativ schnell nach unten kam ich mache das mal kurz hier noch etwas mehr mit raum und da haben wir hier halt entsprechender anlaufpunkt also wenn es hier über dieses level drüber hinausgeht dann haben wir hier oben diese marken liegen im chat bis hin dann natürlich zum wochen hoch das kann dann alles nach uns kommen und da müssen wir einfach nur schauen was der markt hier macht wie schon gesagt kurz und mittelfristig sind die ideen die hier definitiv auch gespielt werden können damit schauen wir mal in die andere währung us dollar japanischer yen was wir für heute mit in den handelsideen drinnen haben hier auch wieder erst einmal der blick in den tagesschat hinein aber sie sehen schon hier gibt es ein paar mehr bunte farben diesmal im chart das heißt ich habe hier wieder mit dieser magenta farbe gearbeitet wo ich ja immer wieder die untergeordnete zeiteinheit so ein bisschen skizziere weil ich halt weiß dass nicht jeder das sieht von auf anhieb was hier im tagesschat zu sehen ist was dann auch den untergeordneten trend verlauf angeht beziehungsweise manchmal ist es auch nicht ganz so leicht das ganze hier zu sehen wenn wir uns das mal anschauen wir haben jetzt hier das letzte stück was wir haben das heißt aktuell läuft das währungspaar eher nach unten als nach oben das heißt wir haben jetzt hier habe ich eingezeichnet aktuell laufend diesen abwärts trend das kann man und möchte man gerne auch noch in andere relationen bringen das heißt wenn man sich das ganze mal im wochenstart anschaut dann sieht man natürlich dass man hier eher momentan das stückchen hier aufwärts gerichtet hat und dass hier korrektur getingelt ist aber für das kurzfristigere trading ja da ist es doch ganz charmant wenn man sich auch auf den aktuellen trend beziehen kann und der ist momentan hier das stückchen was ich hier gerade sehe das ist jetzt abwärts gerichtet und was wir jetzt hier untergeordneten 10 ist die korrektur des ganzen und hier habe ich mal skizziert den markt der hier nach oben gelaufen ist ihm sozusagen stunden trend und das ist interessant was wir hier sehen da gehen wir gleich rein vorher noch ein paar marken wenn der markt hier weiter nach oben läuft kann er natürlich machen alles überhaupt kein problem hier oben gibt es ein paar tages hoch die an laufen kann wenn er hier drüber läuft dann ist die wahrscheinlichkeit gegeben dass wir erst einmal auch hier diese entsprechenden tages hoch sie drüben an laufen als einmal hier und einmal das trend hoch da stelle ich die marke gleich mal ungefähr an also hier oben haben wir dann ungefähr die 114 und hier drüben etwas tiefer das tages hoch was wir haben das haben wir ungefähr was haben wir hier 113 8 das sind so die marken wo es nach oben dann gehen kann hier oben drüber wird das ganze ding dann negiert also alles was wir hier besprechen ist dann irrelevant und im kurzfristigen bereich ist das was ich jetzt gleich sage auch nach unten hin gerichtet irrelevant wenn wir hier über diese marke drüber hinauslaufen nach unten hin sehen wir schon da gucken wir gleich in den stunden chart hinein woher schöne interessante niveaus sind trendfortsetzung nach unten halt also wenn sich dieses ding nach unten hin fortsetzen sollte hier unten haben wir einen widerstands beziehungsweise ein unterstützungsband so rum hier bei 112 3 zu 112 230 das sind mal so die marken die tiefpunkte die wir hier auch haben mal schauen was der markt dort unten dann macht aber das potenzial ist auf alle fälle da und das kommt sehr sehr schön aus der stunde und das ist halt hochinteressant was wir hier in der stunde sehen und zwar ich so um das mal etwas kleiner wir sehen hier sehr sehr schön den entsprechenden aufwärtstrend auch am laufen hier haben wir jetzt untergeordnet schon einen abwärtstrend am laufen und der tut uns mittlerweile sogar den gefallen der läuft jetzt innerhalb seiner eigenen korrektur schon wieder nach unten also das ist hochinteressant für diejenigen die das ganze kurzfristig traden wenn wir hier auch mal in die fünf minuten schon da kann ich gleich mal so eine umkehrsituation live schildern das sieht man ja auch nicht jeden morgen hier in den webinaren dass man so was wie möglich direkt reinnehmen kann vorher mal noch kurz ins große bild hier haben wir das aktuelle korrektortief dieses übergeordneten aufwärtstrends übergeordnet bitte wie schon gesagt hier nur im bild der stunde nehmen ja heißt also hier müssen wir drunter damit dieser gebrochen wird aber wir haben jetzt hier schon einen abwärtstrend laufend in richtung des tages abwärts gerichteten markt das das ist sehr sehr interessant und wer jetzt sich sagt okay ich nehme jetzt hier beispielsweise den stundentrend der jetzt schon abwärts gerichtet ist und handelt den aus dem kleinen heraus dann haben wir jetzt schön die umkehrsituation die wird gerade jetzt just in dem moment wo wir reinschauen auch bestätigt deswegen freue ich mich dass wir das hier mal machen können warum hier sehen wir nämlich das was wir hier ich blick noch mal kurz in die stunde das was wir hier jetzt gesehen haben das war der trend bewegungs arm in der stunde das ist der trend korrektur arm in der stunde das heißt was wir jetzt hier in den fünf minuten extrem gut sehen können ist einfach die tatsache das hier ist der trend den wir gehabt haben in den fünf minuten nach oben laufen also hier letzte korrektur letzte bewegung hier unten ist er jetzt gebrochen und auf den fünf minuten ist schon der abwärtstrend entstanden hier sehen wir mal mit welchem schmack ist die fünf minuten auch unten rein gelaufen sind und das kann man doch sehr sehr schön nehmen um hier nach unten zu zu traden und wer jetzt hier nur im kleinen erst einmal davon ausgeht dass sich dieser stundentrend fortsetzt der hat dann hier unten halt auch noch ein paar marker wo sagen kann wo haben denn jetzt die korrekturhändler ihrer stopps und das sind so die level die wir hier unten noch haben bzw dann hier ist natürlich völlig feierabend spätestens mit unterschreiten dieser marke ist die korrektur definitiv beendet und da ist dann natürlich der trend weiter in seiner bewegung das kann dann natürlich in die stunde rein laufen hier das heißt dass wir hier unten schön unten durchlaufen und das ganze dann auch bis hier runter sehen und dann hier den trend aufbrechen also das sind jetzt natürlich sehr sehr schöne dinge die wir im jen auch hier im kurzfristigen bereich genauso wie im mittelfristigen bereich antreten können das heißt wo einmal bewegung rein kommt kommt es dann natürlich auf ihren handelsstil an wie sie das ganze traden wollen aber sehr interessant was hier momentan vom markt uns gerade angezeigt wird und damit gehen wir mal weg von den währungen hinein in den index heute mal den euro stocks 50 hier auf der uhr da ist auch der tagesschart interessant und zwar aus gesichtspunkt dessen was jetzt hier noch vor uns stehen kann und zwar sehen wir hier sehr sehr schön diesen nach unten laufenden markt schön den abwärtstrend hier noch mal mit dem zwischenschwung die bewegung ist ordentlich in der in in ihrem verlauf gut gelaufen unter das tiefpunkt runter hier hier gab es dann natürlich im tagestief bei 3007 und 3007 punkten gab es den schub nach oben schöne umkehrsignale hier in der letzten woche auch gehabt und jetzt wird es halt spannend wie geht es denn jetzt weiter und da sehen wir einfach nach unten hin jetzt einiges an ja punkten liegen wo der markt wirklich auch schwung nach unten bekommen kann das heißt hier an dieser stelle sind wir gerade auch in einem drehpunkt drehpunkt heißt übergeordnet haben wir immer noch den abwärtstrend untergeordnet könnte es jetzt unter umständen passieren wer das ganze kurzfristig schweden möchte dass der markt natürlich noch mal ein stück weit nach oben geht und einfach ein paar orders noch mit abholt hier oben an den beiden tageshochs maximal das tages hoch hier oben bei 3127 punkten hier das was mal letzte woche donnerstag hatten ansonsten wenn es noch etwas weiter nach oben geht hier haben wir noch ein kleines gap am schluss das heißt es könnte geschlossen werden beziehungsweise in dieser dynamik auch ohne weiteres hier der abholungsprozess vom tages hoch hier bevor das gap entstanden ist bei 3169 punkten das kann ohne weiteres nach oben auch noch mit raus kommen das müssen wir kurzfristig einfach auf der uhr haben mit blick nach unten allerdings wenn das ganze hier in seiner bestätigung weiter laufen wird dann sehen wir halt das was wir im stundentrend als korrektur sehen jetzt auch da und wenn das ganze dann wieder rumtritt wie schon gesagt dann haben wir nach unten halt relativ nahe auch ein paar tages tiefs liegen die der markt jetzt relevanterweise auch noch beachten kann und das sind halt schöne punkte hier ich habe das eingezeichnet hier bei 3.060 3.052 3.029 und hier unten dann das aktuelle tief dieses trends bei 3.007 punkten läuft der markt sogar nach drunter hinaus dann haben wir hier ein paar markante marken hier aus der größeren chartistorie und zwar wenn wir uns das ganze mal etwas kleiner anschauen im kleineren zoom sehen was hier unten da war hier drüben mal in spike aus diesem trend bereich hier unten raus das heißt wir hatten ja die basis hier im bereich von 2900 punkten dann gab es die erste bewegung korrektur und dann gab es diesen großen schub das war sozusagen der erste korrekturpunkt wo der markt hier umgedreht ist bevor er wirklich so schön nach oben hier gelaufen ist das ist dann die marke um die 2975 punkte das hier mal im euro stock 50 einfach um mal zu prüfen wie die sachlage nach unten ist und wenn all das was hier rausgenommen ist weg ist also das heißt der markt schön nach unten gelaufen ist dann haben wir auch wirklich das potenzial das nach unten abzulaufen hier beispielsweise wenn man das mal schaut mal als kleine skizze gezeigt wenn wir hier sozusagen den bereich oben drinnen haben und das einfach unten hinsetzen einfach mal duplizieren sozusagen was an korrektur gelaufen ist und das unten drauf setzen dann hat man hier mal einen anhaltspunkt wo es auch hinlaufen kann wenn das ganze so wie es ist nach oben raus kommt das sieht man ja auch hier das hat er beim letzten mal auch gemacht ungefähr diese tiefe hier war es gewesen und dann haben wir schön den weg nach unten mitgenommen also das war schon einiges da und da sehen wir welche potenzial dahinter stecken und die müssen wir einfach hier nur abwarten und abholen bis der markt wieder runter dreht das heißt wer auf solche szenarien auch schaut da gucken wir jetzt mal noch in die stunde hinein wie wir das ganze traden können weil wir sehen ja mittlerweile hier auch in der stunde der aufwärtsschub hier dieser schöne aufwärts gerichtete trend der ist jetzt vorbei gebrochen wurden jetzt hat es den markt hier nach unten geschoben rein technischerseits gesehen haben wir hier die erste bewegung hier die schub nach oben tieferes hoch dann den schub nach unten das heißt hier haben wir dann den markt nach unten laufen also hier ich zeichne das mal ganz kurz ein hier hat man die erste bewegung sozusagen dann hat man hier ein stück weit korrektur mit dem tieferen tief und dann den markt nach unten genommen das heißt hier ist alles rausgenommen worden der markt tendiert schon nach unten und das was wir jetzt hier sehen ist halt so sag ich mal so der der staubereich die markt aktuell am laufen haben wo man einfach sehen muss wie geht es jetzt hier weiter ist das nur eine kurze erholung gewesen und den markt schiebt es wieder runter dann geht es nach unten nimmt der markt das ganze allerdings an um das nach oben zu traden das wäre dann ein szenario dass man vielleicht doch noch mal oben in die märkte rein läuft also das müssen wir uns hier nur anschauen dass mal dieser schub kam ja doch deutlich weit nach unten das heißt der markt kann ja hier ohne weiteres auch ein trend bilden um noch mal bis hier oben hin zu korrigieren und dann nach unten abverkaufen das kann alles passieren hier müssen uns einfach nur auf die richtige seite stellen und dann passt das ganze also damit hier die gedanken zum euro stocks 50 hier das ganze zum wochenstart in den montag jetzt gucke ich noch mal ganz kurz in die chats hinein ich sehe keine weiteren fragen an dieser stelle möchte ich sagen wieder dankeschön für die zeit hier am montagmorgen wir lesen und hören und sehen morgen wieder gemeinsam hier die handelsideen an ich freue mich drauf allen gute trades und bis morgen machen sie es gut tschüss euer hier mike seidel tschüss tschüss